Oh mein, ich bin weil ein Baum! Ich bin auch ein Baum! What the fuck? Was ist das denn? Oh Mann! Wir haben keinen Nein. Ey, kannst ruhig. Mach ja schon. Dann sag ich ja, es kam kein Nein, nur statisch. Hallo. Drück hier fünfmal, da macht's nicht. Ach so, das ist die Mission. Och ne, nicht die Mission. Oh Gott, ey. Fuck, das ist die Mission. Echt? Oh Gott. Moonbeam. Der Moonbeam! Fahr los jetzt. Ja, Mix-Mission, Scheiß-Mission. Ja gut, äh, sagen wir mal so. Jetzt geht es ja. Jetzt geht es ja. Pass auf. Ich fahr da jetzt rein. Steven, mach mal. Schieß mal. Schieß mal. Schieß mal. Oder leg mal an. Zielen heißt das. Zielen heißt das. Cool, ne? Geil. Ja, kannst halt mit nem MG rausschießen, ne? Ja, oder? Nur mit dem Dingen. Ja, wir haben eine Zuge verloren. Bleib stehen. Steig aus. Wow, wow, wow. Hallo, steig aus. Oh, was macht der? Warum steckt der denn wieder ein? Die Schmuchtel, ey. Boah, ich bin fast tot. Ach du Scheiße. Dann geh in Deckung. Panzerung? Boah, Milizepanzerung. Bist du denn mal nicht zum Ambulation gefahren, Steffi? Hab ich nicht dran gedacht. Ich wusste mal nicht. Die Karre war geil weggefegt, ey. Wer hat die denn weggeknallt, die Karre? Ich. Los, einsteigen, 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 einsteigen. Einsteigen, einsteigen. Einsteigen, einsteigen. Weil das läuft hier auf Zeit. Ach, kann bitte irgendeine Musik anmachen. Oh, ist ja gut. Mach dir doch einen Player einfach rein, ey. Drum rumheulen, ne? Bewin, ey. Bewin. Ja, lass die andere Tür weg. Jetzt muss ich die Frau weg. Jetzt muss ich die Frau weg. Mose, dosse, 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 dosse. Okay, alles klar. Stehenbleiben, 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 stehenbleiben. Ja, was denn jetzt? Das stehenbleiben. Oh, Mann, ey, Deckung. Dann sterb jetzt, ja. Dann lass doch einen fahren, der es schon gemacht hat. Denbleiben, stehenbleiben, stehenbleiben. Ich bleib da mitten in der Meute stehen. Du fährst nur ran, nicht richtig hin, stellst den quer und alle steigen aus. Richtig, genau. Wie halt so eine Gang-Junge, weißt du? Dann fahrt ihr doch. Ja, ich hab doch gesagt, dann lass doch einen fahren, der es schon gemacht hat. Kein Problem, schlau. Ich wollte ja, aber du warst ja schneller. Schlau. Linke Finger. Come on, kein Problem. Aber da ihr drei ja sowieso alle gleich ausseht, hab ich gedacht, Sibi wäre eingestiegen. Wieso sehen wir denn alle gleich aus? Ich weiß nicht was an Steven, da hat alles schwarz an. Ich sehe überhaupt nicht gleich aus. Ich hab blanche Haare, also. Ich habe braune Haare mit blonden Strähnen. Blonden Strähnen? Ja. Und ich habe Drachenaugen. Ja, das sehe ich auch von hier aus. Ich hab blonde Strähnchen und Drachenaugen. Oh Gott, ey. Oberschwul, ey. Ja, aber richtig Oberschwul, ey. Und ich hab... Wow. Oh. Das ist der Eichmann, der das schon mal gemacht hat. Ja, ich weiß, was ich jetzt zu tun habe, da vorne. Fahr doch, die sind schwer dran vorbei, weil du so langsam bist. Ey, bist du doof, oder? Verkiss doch einfach mal. Der Wiener ist aus der Reichweite, der in drei Kilometer schnitt fährt. Ja, Mensch, fahr doch. Ich doch. Warum stellst du die Karre nicht quer? Oh Gott. Weil ich schon wieder Schaden bekommen habe, deswegen. Ja, das kann man so tun, ne? 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 Ja, das ist so doof, ey. Ey, wirklich. Er hängt wie die Muschis die ganze Zeit hinter dem Ding. Oh, nein, nein. Anstatt die einfach mal schieß. Ich hab doch geschossen. Er hat einer mal scheiß Granatwerfer raus und direkt das Auto weggebracht. Wie, wenn du so lang am Arschig bist, dass wir noch nicht mal in der Nähe waren? Was denn, das Auto ist doch wieder auf uns zugekommen, das hat mich kaputt gemacht. Ja, da haben wir alle schon geballert. Oh, hör auf, er halt die Klappe, ey. Wirklich, die klugscheißen immer. Ja. Mimimimimim, ey geil. Wenn Zettepart's besser wissen, du machst es nicht besser. Ok, auf ein neues. Gar nicht mehr. Schön. Immer wieder schön mit euch. Einer der behinderten Missionen überhaupt, ey. Du musst Kündige. Oh, Mann. Oh, was für ein Mal, was? Das waren die Türen! Oh, Mann, wie geil, ey. So, jetzt! Und quer stellen die Karre! Weit vorne, aber ist egal. Und mich wieder mitten rein stellen. Ja, ist doch egal. Ich sterb schon wieder. Wie gesagt, wie gesagt. Ich kann da nichts für, tut mir leid. Die schießen mich direkt über den Haufen. Wie geht denn der nicht in Entdeckung? Ah, topper Harley! Und rein da. Nein, wir müssen die noch ausschalten. Ding, 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 ding. Der ist noch einer, die kriegen wir noch weg. Der ist dabei, Mann! Mit der Ruhe. Also irgendwo ist noch von neben. Okay, alle da. Wieder Lust und alle ziehen, ey. Nicht da... Was denn? Oh, schickt. Ja, manchmal kannst du auch schief gehen. Oh, ich hab keine Rüstung mehr. Die hab ich schon seit Anfang der Mission nicht mehr. Vielleicht erst mal kaufen. Sie wollen kaufen? Erst mal ein Snack essen. Das hab ich auch gehabt. Das letzte ist am beklopptesten. Das wird noch schlimmer als das. Sie wollen kaufen? Nein, das ist jetzt am einfachsten. Ja, jetzt ist es zum Schluss aber nicht. Das allerletzte. Fährst du hin? Wo fährst du hin? Sieht gerade aus. Das Navi sagt dir, ey. Oh Gott, ey. Ich hab gerade ausfahren. Keiner auch nicht. Fuck you, ich hab gerade eine Rüstung und Snacks gegessen. Ja, alles klar. Würde ich auch sagen, ey. Snacks, Snacks. Ja, man esst mal Snickers. Was wollt ihr? Snacks, Snacks, Snacks. Ich hör mal nur, was der isst, ey. After Aid. Lecker, ja? Voll ekelhaft After Aid, ey. Fuck's auch nicht. Ich erne mal nur After Lines. Oh, ich werd gleich 69, ja? Krass, Junge. Mmh, 69. Da hättest du auch drauf fahren können, ja. Ja, ich fahr... Ey, jetzt fahr ich nach Navi und ihr seid immer nix zufrieden. Fickt euch! Ey, nicht ballern, nicht ballern. Ja, ja, ist ja gut. Boah, wer hat denn jetzt geballert? Ich habe nicht geballert, aber jetzt hab ich geballert. Oh, Topper Ali! Doch nicht. Krass, Mann. Topper Ali, gewährt voll geil. Der kommt jetzt da raus, ne? Denk da ran. Kommt da gleich nicht mehr raus, wenn ich noch weiter rangehe. Wo ist denn der? Achso, ich schieße die ganze Zeit falsch. Ich hoffe, das war mal einer. Jetzt hast du ihn. Wiedersehen. Du hast gesehen, schön die Granate da reingeschossen. Fahr, du scheiß Karre! Ach, Drecko, go, 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 go. Der kauft nicht nur so ein Auto, ey. Ohne Scheiß. Das ist ja die letzten Minuten Zeit. Das ist nur was, was du holst, oder was? Oh Gott. Ja, das ist sauknapp am Ende. Wir müssen jetzt den Steg komplett runterlaufen, den killen. Dann müssen wir noch zurückfahren und noch drei Hubis alle machen. Ah ja, stimmt ja. Das war ja das. Ja. Ja, genau. Du hast es erfasst. Deffi, du kümmerst dich um Dingens wieder. Um das Boot, was da ankommt. Von der linken Seite. Und einer versucht schon mal durchzulaufen, um die anderen zwei. Und zwei machen die mit den Snipern weg. Mit schneller geht. Alles klar. Oh Mann! Alter, das ist so scheiße, ey. Ohne Witz. Der Mondbib ist geil, ja? Halt die Schnauze. Also ich mach Snipern. Wer rennt vor? Ich hab toppe Harley, Junge. Ja, lass mich vorrennen. Ich hab noch Rüstung wenigstens. Okay. Weil ich hab nämlich keine Rüstung mehr. Ja, ist doch kein Problem. Ich lauf nach vorne. Doco-Crossies. Schnaif euch nicht. Okay, ab wenigstens das dicke Gewehr. Ja. Das dicke Gewehr. An dem dicken Gewehr hängen zwei Balls dran. Ja. Das ist bei Granaten wohl leer, wa? Oh, das ist das ein scheiß Auto, ey. Fahr jetzt schneller. Ich würd es gern, es geht nur nichts. So ein Drecksauto. Klar ist das ein Drecksauto. Kein Drecksauto. Halt die Schnauze. Stopp. 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 Take them out, homie. Spiel doch, du Fotze. Okay, meine Rüstung ist weg. Da werde ich gleich gerade auf die Schnauze. ok ich habe den fahrer schossen drei minuten der war noch nie so schnell war ich sehe aus dem schwarzer käse schon mal meinen lenkraketenwerfer aus und halte bitte halte bitte auf der rechten seite an quasi auf der stand spur bitte nicht auf der straße weil sonst fahren die uns um ja das hat mit dem letztes mal schon sagt mir einfach wenn ich bremsen muss ich mach den rest so jetzt kannst du rechts ran fahren rechts auf der stand spur und raus 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 meine 14 bleiben nein mit aussteigen mit drauf schießen wenn es geht halt doch auf irgendwas anzuvisieren ja klar wie ein mausweich der hurensohn er trefft auch nicht so jetzt wieder rein jetzt haben wir es geschafft bitte jetzt keiner mehr sterben wenn es geht jetzt haben wir's geschafft und dann ist das friedensangebot oder so ne Wann ich auch noch? Nur Musik? Wenn du nicht rumweinst. Du weißt es auch? MWOOOOO! Der Moonfuck, ey. Das wäre so geil gewesen, wenn jetzt das Auto vorbei gewesen wäre und hätte dir den Kopf rasiert, ey. Und die Mission wäre wieder gescheitert, nur weil Sibi sein dicken... Wieder gescheitert, wieder gescheitert, ja nur wenn ich dann in irgendeinem Baum hängen bleibe oder sonst was, ist okay, ist okay. Ey, ich rede von Sibi, weil er seinen dicken Kopf dann rausstrecken musste. Hä? Hä?! Ey, wir müssen den noch... Wir müssen den noch sprengen, aber bitte sprengen erst, wenn alle weg sind, ja? Nein, wenn alle daneben stehen. Ja, das hatten wir doch auch schon. Ich will, ich will Siehst du, ich will, ich will, ich will, das Ding ist schon in der Hand? Aaaah! Ok, passt los Das war meine. k das gibt kein Geld bestanden oh wow incredible 69 92 41 142 die achte Mission ist die letzte Mission, ja? ja Jo Lebensangebote oder so heißt das und die ist am beklopptesten freaks in the boat wieder schwarze Bildschirm ich hab den auch meine Fresse, du bist voll der Krüppel ja Gott, ey, ich hasse ihn, ey ja sehr schön ey Deathmatch, ja nein Quatsch, mach ich das nicht wenn nicht passiv ne gross wie geil, das wusste ich noch gar nicht mit dem Hydranten hier oh mein oh Loll Ich bin auch ein Baum hahahaha oh mein Go ich bin alle auch ein Baum Was ist das denn? was ist mein hahaha aber wie alle auf einmal das Däschchen gesagt haben ey, scheiß Cheater Junge, ey ALTER, WTF, was ist das denn? Ich will doch nur in meine Wohnung, ey. Ich will endlich mein neues Auto mal holen, ey. Er guckt ja sogar aus dem Auto raus. Das ist das genial, Mann. Gott, ey. Der verrührte Cheater, Junge, ey. Du fährst Ammonation, ja? Ich geh erst mal mein neues Auto holen. Und dann fahr ich Ammonation. Ja, warte mal. Ey, stell mir, das sieht ja mal geil aus vom Motorrad, ey. Jetzt hättest du einen Weihnachtsbaum hinten drauf gestaltet. Aber echt, ey. Hammer nice, ey. Was ist denn in der Ego-Perspektive? Hieße? Schreibt direkt jeder. Oh, Cheater, hier. Kann ich Geld haben? Nein, Mann.